hallo herzlich willkommen zurück zu let's play on the ground part 32 wir haben eine kleine pause gemacht und wir quatschen jetzt mal so voll mit dem kopf tut mir leid ich muss immer die kamera ein bisschen so gott scheiße hinter dem stil die falsche richtung ja ich gucke also wir gehen und die kann aber auch wenn die denn die sommer ja die sind zwar um ihn herum lang schneller das ist tricky er will die axt haben vielleicht kann er ihn da schneiden äh, sieh ihn, Mara Chuyin! Ja, es geht nicht! Was sind wir? Du wirst hier mal legt irgendwas hin! Scheiße! Leg mal irgendwas hin oder so, bitte! Danke! So, was haben wir denn hier? Ähm... Nischt! Ja, schade, okay! War einfach sicher! Kannst du eigentlich mal die Keramikpuppe wegnehmen? Nö! Die Behalten! Ah, dann geh mal weiter! Gib ihm mal irgendwas hin, keine Ahnung! Ja, muss ich vielleicht mal... Okay... Was ist denn nun mit ihm los? Das ist nicht so Buck! Dann doch mal bitte! Ja, siehste! Warum bist du immer so nah hinter ihr? Sag mal! Ja! 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 Dann laden wir das Ganze! So! Dann geht's weiter in... Warte! Drei, zwei, eins... Zack! Da sind wir wieder! Ja! Jetzt geht's gleich weiter geradeaus! Das ist so geht! Okay... Aber die alt ist auch trotzdem hinter mir, ja! Ja! Da liegt was! Scheiße! Scheiße! Was ist denn... Machst du mal auf? Geh' ihm mal irgendwas oder sowas! Weiß ich auch nicht, warum sie das... Medellon! Ah, bringt nichts! Gib ihm mal irgendwas! Es muss ja ein Grund geben, warum er nicht angreift! Ja, das ist ein kleiner... Hund, ey! Geh' mal runen, ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, komm, 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 komm! Bewege dich doch, Mädchen! Okay, war schön! Good boy! Ja, fertig! Geh' mal runen, ja! Geh' weg! Wieso macht er das denn nicht? Er will nicht! Scheiße! Oh, Kamerawechsel! Es ist ein Kotzen jedes Mal! Was? Warum? Er will nicht! Er will nicht angreifen! Kannst du von da aus Rüppel rufen oder so? Ja, da bleibst du stehen! Nee! Also... Der will nicht! Fuck! Oder sie will besser jetzt auch nicht! Geh' weg! Oh Gott! Das hat aber gedauert, ey! Kannst du vielleicht gleich nochmal machen! Ja, hat sie nicht richtig angekommen! Geh' weg mit immer Kacke, da läuft das! Geh' weg! Geh' weg! Ja, ja! Ich muss aber auch kurz den Weg laufen! Ja, ja! Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Keine Ahnung, ey! So... Okay, das geht! Los! Oh Gott, mach einfach los! Scheiße! Was soll denn das? Was ist denn jetzt mit dem Spiel? Was ist denn jetzt mit dem Spiel? Bestimmt nicht! Ich hab' keine Ahnung! Ähm... Na, okay! Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal da hinten gucken jetzt? Oder gehen wir in den Garten? Ich hab'... Ja, ich finde wir sollten in den Garten gehen, aber... Ähm... Ne, das war doch der falsche Raum! Was ist denn? Gleich in die Ecke wahrscheinlich, ja! Ja, ja! Da! Ne, ne! Oh Gott, geh' nach die andere Tür! Unten! Ne, 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 ne! Was? Ach so, stimmt! Da ist die! Jetzt! Ja, ganz gut! Äh, sehr gut! Ganz gut! Nicht schlecht! Not bad! Not bad! So, hier ist der komische andere Raum! Der verwirrt ist mit verschiedenen Türen! Ich weiß nicht, ob du den auch noch drehen kannst, oder so! Da oben steht irgendeiner ganz hoffen! Ja, ja! So! Okay, wird ruhig! Es wird ruhiger! Ähm, wo war der Garten? Am Anfang halt! Rechts, 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 ne! Wir müssen immer rechts! Ja! Ja, hier! Okay! Ich weiß nicht, soll ich mal was nehmen? Na, wir haben hier noch kein Mittel, ne! Nö, na, deswegen lass! Okay! Ihn vielleicht mal... Ja, okay, wohl! Nö, das sieht noch recht lebendig aus! Oh! Was war denn das jetzt? Ach so! Na geil, ist ja auch nicht viel mehr! Lavendel! Mal hin! Aber da ist sowas kriminell! Hast du auf die Uhr geschaut? Ja! Ja! Wahnsinn! Riecht wie verbranntes Fleisch! Ein wahrhaft schrecklicher Geruch! Sie müssen einen Tierkadaver kochen! Wir gehen jetzt nochmal, das gleiche! Warte einen Moment, hier drin bewegt sich noch etwas! Es wird am lebendigen Leib gekocht! Ist ja auch wie eine Araune oder so! Na, oder das Vieh im Mausoleum! Ach so! Je mehr ich schaue, umso mehr scheint es einem menschlichen Kind zu ähneln! Aber solch ein Unsinn ist der Stoff von Horrorromanen und so! Ja, was ist denn das, was du gerade erlebst? Solche Dinge passieren nicht in Wirklichkeit, nicht wahr? Naha! Okay, nochmal! Vielleicht kommt denn noch mehr? Ne, okay! Kannst du da irgendwas reingeben oder so? Ähm... Mal was spezial? Ne, okay! Wir können mal die Skizze des Hauses benutzen! Ja, können wir mal oder benutzen! Deswegen haben wir vorher nichts gesehen! Ja, ja! Beziehungsweise gestern für euch! Was war es jetzt hier draußen? Ach, da stand doch irgendwas auf dem Zettel! Mann ey! Entschuldigung! Ja, drinnen auf dem Zettel! Ähm, bei dem Golem? Ja! Meinst du? Ne, da müssen wir nochmal zum Golem zurück! Das weiß ich jetzt auch nicht mehr! Na, wir müssen ja wahrscheinlich irgendwas ins Feuer geben! Naja! Und das Buch brauchen wir auch noch! Ja, ja, gut! Das könnte aber auch noch in der Bibliothek sein! Keine Ahnung! Vielleicht haben wir es auch sehen, ja! Das kann halt auch sein, so! Gucken wir uns erst mal das hier an! Okay, bla, weiter! Dann kennen wir! So, muss der ewig brennende Mauer des Hades geben! Golem-Opfer! Führe dein Biest in das Land mit, in dem dir den Bild in eine Folge formen auf! Okay? Das kenne ich doch schon! Ja, trotzdem! Müssen wir auch mal sagen! Wird den Pfad... Okay! Vielleicht kann er da hochgehen! Vielleicht kann er dann noch weitergehen, ja! Ähm, er, er, er... Er? Dann läuft... Vier ers! Ne, vier, er hat dann läuft er gerade aus, ne? Und mehr... Naja, dann hoch! Mehr muss er ja nicht machen, ne? Natürlich noch rechts, also noch mal R! Noch mal rechts, noch mal R! Noch mal rechts, noch mal R! Dann können wir einfach mal fünf mal R! Ja, fünf mal R! Haben wir da zehn! Noch eins! Ach so, das... das ist ja dann schlau! Boah! Dann kannst du einfach wie, äh, der Base, beziehungsweise das Dings wechseln, dann hast du wieder genug Zeug! Okay, das ist gar nicht so unausweichlich dann, dass man dann irgendwie falsch liegen könnte irgendwann! So! Komm! Jetzt die Kacke wieder! Vielleicht... Ja, ich weiß es nicht! Ob das so... möglich ist! Nicht, weil ich mal über Treppen hochkomme! Ach! Wir sind gespannt! Ja, ähnlicher Weg! Und sonst so? Ja, eigentlich ganz gut! Deutschland hat nicht gewonnen! Im EBSC! Haben wir gerade geschaut! Ja! Ja! Naja! Also... Wir hätten sowieso nicht gewonnen, aber zumindest Top 10 hätte ja mindestens irgendwie sein können! Naja! So! Jetzt ist es gleich da! Nicht, dass der wieder da runter versinkt! Ja! Deswegen! Der kann doch nicht rüber! Schade! Ja! Also... Doch nicht! Hades ist wahrscheinlich Feuer damit gemeint! Hades ist der Gott der Unterwelt! Ich weiß! Aber... Wir führen ihn in das Land des Hades! Ja! Ach ne! In das Land Mef! Muss der... Die Dein Unterfang behindert! Ja! Naja! Naja! Gut! Tja! In der Bibliothek nochmal! Na! Da hinten ist ja auch noch was! Also wo wir gerade waren! Wo wir jetzt dann aufgehalten wurden! Ach ja! Ne! Nicht da! Deswegen! Ja! 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 Ich bin falsch! Wo willst du denn hin? Ja! Ich muss hier lang! Und dann hier rein! Ne! Hä? Eben! Ach Gott! Ich bin doch blöd! Ja! Blöd! 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 Ey! Ich hab grad... Hier runter, ne? Ja! Da ist die Bibliothek! Wenn du da rein willst! Hier ist nicht die Bibliothek! Die kommt doch! Ach so! Aha! Das ist das andere Teil! Stimmt! Wurde grad herkamen! Wo ist denn die Bibliothek nochmal? Bei dem anderen Ding! Da müssen wir glaube ich noch weiter... Da liegt halt auch noch was! Ja, jetzt muss ich noch mal schieben! Nach oben geht nicht, ja? Ne! Doch! Du musst dich vielleicht auch in die Richtung drehen! Keine Ahnung! Nein, ich finde das selbst, ne? Mann! Wenn man das wackeln darf! Ich weiß nicht, ob man das hört! Ist egal! Wenn sie ja, dann ist sie schuld! Dann geht's ja da hin! Och! Ähm... Ach so, kannst du mal das Vieh andrücken oder so! Diesen fetten Kobold oder was das war! Hier lang, ne? Ja! Okay! Na, hoffen wir mal, dass die alte jetzt nicht kommt! Diese Kamera! Ja! Was ist dich manchmal da... Also... Mach erstmal das... Ja, das fette! Scheiße! Ein Tuch verhüllt das Ding! Warum versuchen sie alle so zu verstecken? Kannst du nicht abmachen? Ne! Habe ich jetzt schon zweimal angesprochen, Deo! Mach mal ihn! Kannst du nicht? Magst du nicht? Mach mal, dass die Stadt dahinter... Der will die Axt... Die Axt, glaube ich, oder so haben! Kannst du da gar nichts anklicken? Ne! Geh mal auf die andere... Ne, links von dem Ding! Ach so, dann habe ich auch schon gedrückt! Ja! Okay! Ne, so, so! Okay! Absolut nichts! Da auch nichts, ja? Ne, ne! Je vaisseje! Ähm... Da ist eine verschlossene Tür! Da hat sie auch noch nichts dazu gesagt! Ja! Müssen wir jetzt mal gucken! Ah, hier war ja auch so ein Vieh! Ja, da war aber nichts! Ne! Hier ist aber auch nichts in der Ecke! Hm! Da ist ein Tisch! Oh Gott! Was war denn das jetzt? Keine Ahnung! Ach so, er versteckt sich! Ah! Man! Auf zu fackeln! Ne! Vibe! Ach so, ich muss ja bestimmt den Kreis drücken! Hm! Hier ist ansonsten auch nichts! Da muss es ja an sich in der Bibliothek sein! Da kannst du das Wort vergehen ja auch sprechen! Ne, kann ich nicht! Hm! Die Tür ist von der anderen Seite abgesperrt! Also von der anderen! Also kommen wir schon mal von hier! Naja, ist dann wahrscheinlich ab... Kannst du da was an dem Gitter gucken? Habe ich schon geguckt! Okay! Das ist wahrscheinlich dann eine Abkürzung! Jaja! Hast du schon geguckt? Es ist ein gewaltiger Käfig! Vielleicht ein Vogelkäfig! Was in aller Welt können sie hier einsperren? Ein Vogel! Kannst du nochmal draufklicken? Das ist dann Wettertinten! Hm! Okay! Haben sie vielleicht Debilitas eingesperrt damals? Gar nicht so unwahrscheinlich! Die sind ja irgendwie alle so! Bloß nicht so dick! Ja! So welche so... So welche so... Ähm... Ne, was sagst du denn? Eine Minute gar nicht noch! Ne, ich sag mal in Richtung... Dumm! Tritt ihn mal oder so! Oh nein! Scheiße! Ah! Ah! Oh Gott! Okay! Ah! 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 Okay, es reicht! Kann sie die Startuhr treten! Ah! 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 Ich bin ja besser in der Arm aus! Lass ihn noch mal angreifen! Warte mal! Was ist denn? Was ist denn denn? Bild los. Achso, das war der Dingens hier. Muss ich ihn mal angreifen? Er will nicht. Herzlichen Dank. Ja, komm, 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 komm. Okay. Ähm, bumm, bumm, bumm. Vielleicht... Das ist doch noch gar nicht klar. In dem, na, in dem Dingensraum. In dem Raum, da in dem Krankenraum irgendwelche, ähm, Sachen wegnehmen. Tja, das kann ich leider nicht sagen. Warum nicht? Ich darf dann auch mal nicht weiterspielen, wenn die Zeit um ist. Alter. Also, mach mal. Dann, jetzt, wo lang? Wo ist denn das? Weiß ich nicht. Hier lang. Nee, doch. Die Zeit ist um. Ja, da machen wir uns Feierabend und sehen uns in Part 33, 34, 33, 33, 36. Und, ja, morgen 21 Uhr geht's weiter. Let's play on the part 33. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.